Eines Tages kam Gott Jehova zu Noah. 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 Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpische ihn mit Pech inwendig und aus. Oh mein Gott. 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 Nach der Flut waren alle atmenden Lebewesen auf der Erde tot, mit Ausnahme der acht Menschen von Noas Familie und jede Art von Lebewesen in der Arche. Der Regen hat aufgehört. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Schaut, die Sonne kommt raus. Der Himmel klärt sich auf. Oh, meine Herr. Mein Gott. Und sie haben sich auf der Erde vermehrt, bis zum heutigen Tage. Gott schloss mit ihnen einen Bund, dass er die Erde nie wieder durch eine Flut zerstören würde. Und der Regenbogen, den wir heute sehen, ist der Beweis für Gottes Bund mit den Menschen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!